Musik Ich will den Anladen von Seth von Klaassen, die genannt wird, dass die Frieden Leben frech abwecken. Dit ist über die Jahre aller Tuckgestalt von John Regier in Colorado Springs. Und er hat uns Frieden gegebt und wird über Zaten von Englischem genoemt Lottie. Jünger Redner ist Rudi Niefel. Jesus Christus war der Friede. Du am Krieg starb bei mir. Jesus starb bei mir. Dein Besinn, den wir blühen. Jesus blüht mich frei. Wer in der moralischen Freiheit blieb, wird ja wie frei blieb, von dem ich zu nennen komme. Voll die biblische Verschrift. Nur mein, voll was die Bibel sagt. Die Bibel hat viel zu sagen. Gebet in der hellen Jäsen. Gebet in der hellen Jäsen, wird die leiden werden. Dort können die nur Jesus halten. In der hellen Jäsen werden uns leiden, wenn wir wahrhaben. Und dort drehen uns halten, dass die gebeten. In der hellen Jäsen werden uns halten, dass die Schrift und den Gott bringen, den Jesus bringen. Verantwortlichkeit, Verhältnisse. Ich mag Verantwortlichkeit nehmen und wofür die Verhältnisse ich mich nennen gebe. Nur du sind so Dinge, wo wir keine Verschrift sind als Männer. Wenn dort so rumgekommen, dass du mir eine andere Früchte und vor dich vorst, von hier bei Santa Cruz, dann sollst du sagen, das ist natürlich nicht. Das ist ein Verhältnis, wo ich mich nicht nennen gebe. Du musst dich sagen, ich habe sie stark genug, das Bord hat mich noch. Ich werde hingesetzt haben. Ich werde vielleicht auch okay sein, für das mal. Aber du kannst auch sein, dass wir uns da mal Zeugnisse noch verteilen von dir. Und die wird eine Geschichte abmerken. Und die wird eine Geschichte abmerken. Und die wird abmerken, sofern ich glaube, dass die Menschen in der Sonne leben werden. Die werden andere Menschen auch nennen können, die werden eine Geschichte abmerken. So, was dann passiert ist, die wird eine dumme Geschichte abmerken, von dir, wenn du etwas trüge bleibst, wo du hast, ein bisschen vielleicht mitgegangen, wo du das Bild wirst. Du musst dir sagen, das ist nichts geworden, das ist nicht. So, wenn unsere Verhältnisse, unsere Verunruflichkeit, Verhältnisse versächtig sind. Und wenn du mitgegangen bist, dann werde ich über einen Möken aufbrachen, über einen Möken in drei Stahlen. Stoppend in eine moralische Freiheit bleiben. Wo kann ich in dir frei bleiben? Das ist ein Teil wäre. Die Bibel haben in der Bibelfarsche, dafür, wo hier sind ein paar Gedanken. Passt ab, nur deine Gedanken und deine Verlangen. Die Kirche fängt hier an an das Gedanken. Und das, wo ich in dir mal abpassen. Dort geht von uns wann und früh über rein. Die Frauen haben vielleicht eine Seite, die Frauen haben eine andere Seite. Wo wenn wir abpassen an das Gedanken, an das Verlangen, dort kontrollieren, nur mit Gottes Hilfe, dann dürfen wir viel verbleiben. Wenn es das für die Kirche angeht, dass die Kirche an das Gedanken, die jährliche Kirche, du kannst in Wut gehen und in seine Wäsche sagen, ich kann wirklich frei blieben von das. Der andere ist, bring dich Tito mit einer unmoralischen Person. Wenn du Freund bist, oder viel mit wem taub bist, was so unmoral ist und immer unmoralisch reden hat, du musst dich sagen, ich habe gesehen, starker Christ, du wirst nicht beider. Aber wenn du das weißt, hast du so viel angeflüstert von denen, dann bist du wie die Perne bist. So, dass du so versächtig bist. Für sich, du bist ein Mensch, wenn wir mit taub kommen, vielleicht wird unmoral leben, wird unmoralisch werden. Brüssel nicht und so dicht und frühen sind. Wenn du in der Wäsche wählst, sprich sagt, ein Isar schwabt den anderen. So, kriegst du das, was du meinst. Eine Person schwabt den anderen ab, eine Person hat einen Entfluss den anderen. So, wenn ich die lange nicht mal eine moralische Person taub sind, weil wir so viel Entfluss haben, wenn wir uns bedanken, dann wird die Drehung und schliesslich wieder gehen. Langsam wie du nennen und wieder nennen, wie du heute verordnet oder abmerksam sind, wenn du wieder werden wie Welle. Wenn du das Sprechen sagst, Sinn merkt uns wieder wie eine Welle, merkt uns mehr tolle wie tolle Welle, merkt uns länger blieb als ich in der Welle. Das wird Sinn da, wenn wir einmal aufmerken da. So, wenn du die Lehren hitt nehmen zum Vater, bring dich Tito mit einer moralischen Person, hör ich nicht nur die verlockende Wirt von einer Person, die die verlieren will. So vier sind die Person in der Welle mit wir einen verlieren. Einen sind Gedanken versich du nennen kriege man wird. So hör ich du nicht nur switch das auf, bring das zu Gott, halt mal Gottes halb durch die Brücke, doch nicht kann Schwung kriegen die. Randweich wann eine unmoralische Versicherung fährt kam, er sagt uns Rand von aller Hörer Rie. Wem kommt ihr ein Gedanke wenn wir reden von Randweich von aller Hörer Rie. Wer im Olden Testament deut Joseph Joseph verkauft in Ägypten und wird als der Messe verstanden gestaltet und was passiert ist dass er früh versagt sich zu verleben haben. Wir haben die Geschichte noch gelesen und die Möte Sprecher lese wo wunderbar Joseph sich von Sinn wein bringen hat. Er will sein Hammer oder was er an hat durch der Lotte Pott. Der frühe hat er reit sich laus und er rand dann wird ein Mensch da wenn sie früh beschuldigt haben und wieder in Gefängnis ist in Gefängnis ist wieder ein von den König nicht und dann lehrt die drüben kommen an einen wird dort gemerkt der andere kriegt seine Arbeit 3 da wird seine Arbeit 3 kriegt wo passiert man den Joseph sieht nach er an er rück so sei stahl ein fährst das Mont der rück jink dann sie jünger dänk an me van dier bitte bass 2 jau lota fall dies mor mal be dus ein man in gefängnis die leid min drümmen und jim krax zud woran wenn die könig in a jip den droom von 7 fahrt jane 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 krum die leid leid nan fall doesn mensch bie von den jose in gefängnis dann leiden sie dem hole dann leid er dort und war die zweite heist am in jepton für mehrere jahre für 17 jahre waren gerächt sie von dann dass seine breite verkaufte hat sie 17 jahre von seiner breite von diesem hilfbeamten in gefängnis nennen und behalte ein ding von jane war von sin und das wurde der wenn wir uns frihaule von sin to moffli han sie mü har eich lied do nennen so se jahre sa mas wovon eiken du von sin ran ad de belinnung kämt die chäven materi eit stoppentum an an moralische frihet blieven wo bliebe eiken du frih von an moral stoppent ist erstens wo wir horde es stoppentum an moralische frihet blieven es pass ab nur dine gedanken an dine verlangen hier horde ich gott sin word in seg sin verset bring nicht titum an moralische person horde ich nicht nur die verlockende wird von einer person der die verleten will rand wach wann eine moralische versicherung fähre chämt ist rand wach von alle hürer ried das pot von den fahr dann das nächste ist to bunt an moralisch frei blieben ist wann befried wann kann du befried sein wir sollen hier sein wo es an ziel oder was soll es sein freie dir den partner der gott die gejevt hat und laut am ar deine sexuelle bedürfnisse zu freie stellen du soll ich noch mei hier sein hab die ne freie mit du die in die jugend freie ist du hast so viel been in diesen tags wo ich nicht mehr mit den hoff sich alle rütt nehmen aber wenn wir befried sind dann habe ich noch abgeholt das Leben was zwischen uns an sexuell leben lebendig aber und wenn so viel hinag gründ ist wird nicht abgeriehen von dem moralischen leben dann ist das sexuell lebe in befried leben so wie nein so dauert wo ich vergnäge und schreng und bin vergnäge und die man hat nur krank auf den ersten Thessalonians Kapitel 5 er sah die hat sie vergnäge die hat sie schein gone aber die frühe hat nicht so die frühe sich nicht genutzt bemust und weiß nicht was alles von einem man wenn die man versteht nicht was die frühe von lebe bedürfen ist dann lebe 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 what Gott will habe wo behebe zellos man that is a life fight and half the chain troubles they can to give and not sex live like why inclin me what name one he been as divinely do stay agape live the phileo live the arrows live and the sex live all fire center was dry come from God does the agape live that God seen alive they seen in the nuance they life is une beding God life am and don't what done we then don't was even sin live God seen live what am not do that to month live to month Jesus ways and under we can not done what God seen the life were off of finance dot scott in agape live to uns then have a phileo live what under we n spread on a human life mat they but the agape live they come to us then the moment we jesus on him does the human chaff live so we mat you bure dot as the human chaff live word on stack that when I can mention and friend like on come and in mother I be raised and what you want to try on them for a man go and be I that you know what was here what has Leerleib. In unserem Deutsch sprach Gemeinschaftleib. Und wenn wir die Gemeinschaftleib verstehen, das ist sehr wichtig. Wenn wir uns die letzten Sattels, die wir die Leibsprache nennen, was die Leibsfehl ist, dann haben wir die Gemeinschaft. Und wenn wir das Eichelied verstehen, unsere Leibsprache, wenn wir die Gemeinschaft verletzen, dann hast du eigentlich nicht viel Trouble mit dem sexuellen Leben. Was so dann für sich ist, ist diese Gemeinschaftleib, wo wir uns am Zeit der Leib hier, was uns fehlt, die Daube merken, die Kälte merken, und dann, wenn wir dann befreien sind, in das sexuellische Leben sind, du kannst nicht vergnägen werden, wenn es die Gemeinschaftleib ist, dauert. Dann hast du noch das Erosleib. Und das Erosleib ist, was ich so verstehe, in unserer sinnlichen Natur. Das Erosleib ist das Selbstsuchtleib. Das nimmt alles bis zu taub für sich. Das hat nichts übrig von ihnen. Das will bloß für sich, was sein kriegt oder was heu kriegt. Das Leib ist eine selbstsuchtige, nosegte Leib, was bloß alles für sich will. Da haben niemanden, was er wirklich verändert. Und das wird ein anderes Sündlich in die Tür steigen. So, was wir wollen, dass die Agape-Leib in uns haben, dass Jesus annehmen, wir wollen die Gemeinschaftleib verstehen, in der Erosleib, weil wir zu sich sind, weil wir dort merken, dass wir mit Gott seine Hilfe kommen, und dass das bad Leben, das sexuellste Leben, so viel, was Gott dort hat, im Ziel, im Pläne, dass Menschen, die können in Schrein gehen, für Geneheben haben, dass Gott dort eine Seite hat. So, wie haben wir hier, wenn befriedigt, freut dich zu deinem Partner, der Gott dich gejagt hat, und laut ihm auch deine sexuellen Bedürfnisse zufrieden stellen. Sprich hier viel. Dann sage ich, hab deine Freude an dich, dass du dich in deinen Jungen befrieden hast. Laut ihr Liebkissen, die glücklich merken. Laut den Vergnügen, mit Ehreleib an die Sennen. Das wird Sprich hier gesagt. Und das ist, was passiert, wenn wirklich zu schönen und moralischen Dingen sind, wenn du sagst, du warst, die alle sind abgeräumt, und der Mensch sich frei hält, die man auf der Früh, und sich beden, dort geben, was empfiehlt, dann kann er dich, in dieser Gemeinschaftsleife, so verbunden sein, und dort Bad leben, wenn wir den Weißler haben, so verbunden sein, dass die können in Schrein gehen, und vergnäht werden, dass Gott das eingestellt hat. Und mal dort Bad leben, sagt uns, dass alle eins sein. Und dann sind wirklich die eins sein. So viele befriedene Lieder, die sind befriedet. Die kommen in Bad daub, aber die sind nicht eind. Die Feile sind nicht eind, in der Gemeinschaft, in der Ehrgefeile. Aber das ist das, das ist das, das wird bleiben, wo es gar nicht anders war. Gott will ihnen helfen, wo immer das fehlt. Wir seien hier, gebungen hätte, können lernen, in der wir werden. Wir nehmen alle Gedanken vor, dass wir Christus die Hörigen machen. Hier haben wir 23 Dinge, die können ans Leben sein, wenn wir kürzen denken, an diese Nummer, die wollen nicht auf den Hingern sein, wo das Eingebruch, das Alkohol und Drogs, das Anlast, unmeralische Bilder, tödliche Sachen, Hüchschatzen, Jehen Ansinnen, Andankbarzennen, und so ihr habt die List an. Oja, Bettennis, Angst, Aufgangs, wo immer daran, und an unsere Familie, verkommen, wo wir mitnehmen, so dann dürfen wir eine List machen. Eine Versicherung, an welche Probleme sich dort haben. So wir würden können, das ist ein Sadelbruch, in Mulderlein gingen, wovon Probleme kommen in mein Leben, wovon Probleme kämpfen, Eichmacht. Dann stellen wir die hier, dann sage ich, was ist so ein Ziel, was auch mit mir in Versicherung führt. So ein Ziel ist, einmal die Vernichtung dort zu machen, in den Eingern zu bringen. Das ist das Ziel auch. Ich wollte niemals nicht schaffen, was taubt zu bringen. Ich schaue das immer jenen an, es ist immer jenen Gott. Aber Gott ist das Ziel, dass ich gerade jeden Teil taubt bringen, dort ein paar Leute sich verstehen, dort ein paar Leute sich leben, die viele Leute leben, die Agape leben, die betiert sind, und dann besonders die Bad leben, die Sex leben, die sich so verbunden sind, und so ein sind, und ja alle am Ständen, die Agape leben, die Gemeinschaft leben, in die Bad leben. Dort die verbunden sind, und sich einfeilen. Das wird Gott sein Ziel ist. So tun sie sich dort vor, von klein an, ganz gut zu merken, besonders die Gemeinschaft leben. Und dann versucht, dass die Menschen besitzen, dass das Sex leben ist. Dort ist das, was du brauchst. Dort ist das, was du nur einigst hast. Wieso haben Menschen bräuchte, wenn es gar haftet, den Menschen näher tun? Aber dort hat so viel Schuld, wenn nicht die Gemeinschaft leben ist. Dort hat nicht kein Däuner, was Gott will haben. Aber dort haben wir Jesus Christus und die Dinge, die wir sagen, aber wir können Freiheit. Drei Städte, von wo die Versägerungen herkommen, die kommen von der Welt, dort wo die Rommens sind. Dort, wo ich erst sehe, die Anstände, die wir uns nicht geben, weil wir sehr versächtig sind. Das kommt von der Welt. Die werden uns die neue Anstände und uns Leben versägt ein Ende bringen, weil wir nicht versächtig sind, wo wir uns vielleicht verfahren wollen, weil wir nicht versächtig sind. Dann Fleisch, anders als unser Sinn. Die Bibel nennt das Fäckende Sinn. Das Fleisch, das sind nicht in der Tür, wo wir uns wohnen. Das verursacht uns, nein, das ist so tun. So tun für uns, das sind drei Dinge, Welt, Fleisch, und da wird Welt, so tun in Sinn. Was wir jeder da für uns haben, was jeder da uns versägt, untergegeben, in diesen Anständen. So, dann habe ich Verantwortlichkeitsfragen. Weil ich würde sagen, von Verantwortlichkeitsfragen, was für eine Frage kann ich mich stellen, was mit mir auf der Brust hatte, was ich eigentlich nicht will, nicht? Ich will uns selbst nicht auf der Brust stellen, wenn es, dann war ich vielleicht Angst, wenn jemand zurückkommen war, ich will nicht leiden von mir selbst. Aber heute, wenn wir dort daunen, dann war ich frei worden. Ich war nicht leid von mir selbst. Weil ich dann leid, eine Person in unserer Mission, da war, da war ich mit mir. Wir waren in der Gruppe meiner. Wir haben einen Zettel, von mir sehr groß zu sehen, wie sie können nicht denken, wie die Bibel wäre, oder wie die Brust. Dann sagt er, dann schick dir mal, wenn du mit dieser Brust und das mal nachvollziehen, wenn du sitzt, dort ist mein Scham für das. Ich dachte, komm mal, du wirst nicht mal nachvollziehen. Das wäre wie sein, wir wollen nicht weiter. Aber wann wir da mit dir sind, und wir uns fangen, eine Hand zu geben, dann wir einmal fahren, wir sind freu zu freu, weil wir uns nicht freu wollen, und da können uns die halten. So hier ist, hast du Janker oder Gedanken geholt, die länger als vier Sekunden ab einmal unhüllen, die von der Tür nicht voll Last werden? Hast du länger als vier Sekunden, bloß dupe Falle anmoralische Last in die Gedanken gedreht? Das wollen wir nicht weten. Was ist das Antwort? Wann du, wie lange hältst du die Gedanken an? Wann die vier Sekunden werden, dass du in der Tür als Hamsterbezir bist, hältst du dann noch viel länger an, oder lässt du die Gedanken wieder vor Ort du bist? Die andere Frage was, von wo kämen die Gedanken, Welt, Fleisch oder so tun? Wo kämen die her? Kommen die von, was Ramion ging? Kommen die her von, in meine innerzindelige Natur? Oder kämen die ver, ins was so tun, greift mich an. Was viele Menschen nicht weiß, wann die sich in unmoralische Bildern hingehen, und von der Zeit, was viele mit Films oder Internet gedreht, viele von die Pahina-Webs, die Internet, wo das alles schon bene ist, und dann eben so gut begehen, so eine Menschen, was man dort schafft, und für das ist das Geld, das ist das Negocio, das ist das Geschäft, das wird die Geld mitnehmen. So, was die gedreht, 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 die man bei sie gestern schafft, und die beten, die aufmerkenden Menschen zu checken. So, was dann passiert, du hast eine satanische Macht in der Hinge, nicht alle sind. Alle sind Sinn, alle amoralisch sind, aber nicht alle sind eine satanische Macht in der Hinge, so wie es das geht. So, wenn die Menschen dann die Pahina werden aufmerkenden, die bräuchten einmal nennen, gehen, einmal fünf Sekunden in der Hinge, und das ist vollständig. und das ist vollständig. So, was dann passiert, dass sie eine satanische Macht in der Hinge und die riebten, in der Halt in Fals, und die wird für Jahre kämpfen, wenn sie die Haff du nennst gegangen sind, und sie hat Sinn zu tun, was bei sie Macht in der Hinge. Nicht alle amoralische sind als Sinn, aber nicht alle haben zu tun, was eine satanische Macht in der Hinge gebeten, als die Menschen aufmerkend werden. Weil ich dort weiß, dass die Säuser über mich dreihalb, mehrere Jahre, ich sehe, er hat mal eine Person in seinem Office gehabt, und er hat so mal bei sie jäsen geschaffen in der amoralischen Lebe, und er hat können bei sie jäsen schicken, mich alles holen. Die Maffel sind schaffend, aber das ist was er mir sieht, und das ist was das Mohnen gleich gesagt hat. Ein Tag hat er mir als begonnen, und er hat bei sie jäsen geschaffen, die sollen die amdrehen, und er hat die Gedanken verwirrt, was immer alle, wenn ich kriege und den anbringe. Bei sie jäsen kamen drei und sie schaffend, nicht. Das morgen hat er sich so nicht bei sie welt gegriffen, und das ist unmeral, aber bei sie jäsen, das war das all. Ich sagte, come on, die kann das nicht, was auch nicht, das war nicht, und alle sind beden, für dich, wir kennen das noch nicht. Und wie das mohn angewartet, da bin junger jung noch mal. Eingewartet wie eine gratter macht, als was heute einer da ist. Und das mohn ist mein Tag, dann sagt er, und er sagt, alle dienste macht auf, wo er für Jahre hat, wenn er lebt. So wir sagen, du bist immer hoogling, du bist immer nach Eichhörigkeit gekommen, wann die Menschen einmal will. So wenn wir denken an verantwortlichste Fragen, wir machen uns nicht mal Fragen, dann können wir einen Sattel haben, wo ich meinen Eichhepartner beschädigt habe. So hier würde ich sagen, wenn du einen Sattel hast, dann würde ich sagen, was sind all die Dinge, die ich meinen Eichhepartner habe, in einer Unmoralischen Weg schrauben. Und dann anfangen sie an Jesus zu vertellen. Dann sagt er, beschreibe die Wegefeilen, die du für uns hast. Denn in dieser sich beschreibe all die Dinge, vielleicht wirst du in eine Frau freu, was hast du getan, 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 dass ich dich nicht gewöhnt. Ich habe mir so viele, ich muss nicht versichern, mich besser abzustellen, damit ich dich gewöhnen kann, wenn andere früh ist, ich wöhne dich immer. Wo immer alle auf die Richtung merken, weiß ich nicht. Wenn ein Mann an mir alle erlebt, dann fällt die Früh sich immer die Kompetenz anzunehmen, die andere früh ist. Und das wird die Früh nicht scheinen. Und wir sehen alle dort, fällt die sich noch zu Hause, die sich gesagt, sei schlau, sei doll. Und wir sehen dort, wenn du eine Sündliche in der Tür hast, weil die sei verdreßlich, doll, in Bär, und das ist eine Lange, die kann dort abstehen. Und dann müssen wir durchschreiben, wo sie ich bin, wo habe ich getan, wovon schuldehaft das in meinen eigenen Partnern gebracht. Konkret wird das früh auch getan, wenn das früh gelesen ist. Konkret wird das auch. Und dann haben wir noch einen Siedel, moralische Fehler. Mal die Lange, die durchgeschrieben werden, wo habe ich alle weggefehlt. Ich denke, das ist das was, dass wir immer ich und ich haben unmoraal erlebt haben, und wir haben uns nicht inschlafen, oder selbst nicht gegangen sind. Das ist die Hoffnung nicht für. Das ist gut zu kommen. Und dadurch müssen wir uns mit dem unmoraal zu tun haben, müssen wir Punkt für Punkt nachgehen und das durchschrauben, und das durchschrauben. Und alle die Gedanken, wo die immer die herkommen von, von einem Ständer, die alle durchschrauben, die alle nur Gott bringen. Und die Menschen können 100% frei werden, dass die 100% frei werden, und die können sich verbringen, die ein paar Lieden, und wo er eint worden ist, dass Gott das für dich verschaffen hat. So, ich sage, ich will dir, wenn du einmal so ein Charme für das will. Ich will die Mutter sprechen. Du kommst Jesus. Du kommst Jesus. Du kommst Jesus zufrieden. Und sagst Jesus, ich will, dass du so mit dem Grund trägst, was ich zu tun habe. Ich lasse das los. Gehe mit dem Grund trägst. Gehe mit dem Grund trägst. Gehe mit dem vollen Frieden und Frieden. Und lasse das gehen. Und wenn du nur mit meinen unmoraalischen Gedanken bist, mit einer fleischigen Last und Sucht, dann vertalst Jesus das. Gehe mit mir frei. Gehe mit mir. Gehe mit dem Grund trägst du mit deinem Frieden, deinem Leben, deinem Geduld, was immer alle gebraucht. Gehe mit dem Grund trägst du mit dem Grund trägst. Gehe mit dem Grund trägst. Gehe mit dem Grund trägst. Gott will dir helfen. Gott kann dir helfen. Gott kann dir helfen. Gott kann dir helfen. Er kann dir unbefriedet leben. Töpstehlen. Und so vermerken, dass du nicht gedacht hast, dass du das Wut nicht schaffen darf. Gott will dir helfen. In der anderen bin ich frei. Alles unsere, da kann dir frei bleiben von unmoralischen Unschlägen. Gehe mit dem Gebet. Unser lieber himmlischer Führer, wir danken dir für deine Leib und deine Genug, was du hast für uns. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du vorst, dass du den Frieden gestorben darfst. Wenn du die Juden menschlich nachdenken lässt, sei er eigentlich, wenn du unmoralisch sind. Aber du gestorbenst für uns am Krieg. Und du wirst all dort in unsere Horte Gedanken sein alle rausnehmen. In uns abfällen mit dein Frieden, deine Frieden, deinen Geduld. So, ich freue mich, Herr Jesus, wenn jemand hier kommt. Ich freue mich, dass du mit deinen Hellen gehst. Und ich werde Zeugen und dir helfen, dass dich zu schaffen, sodass du, Herr Jesus, ihnen frei machen kannst. Und sie können dort Leben erfüllen, was sie sich immer gewünscht haben. Wenn es du, Herr Jesus, was ihnen dort geben, und eine Gewalt gekostet hat. Aber du wirst auch nicht denken, dass sie dann wie du mit uns geben, und fangen an in die Riemen. Ich freue mich, dass du Kraft geben für die Menschen, die hier sind, für die, die hier sind, die hier sind, und ihr befriedigt leben, musst du ihn beschützen, sodass sie nicht wo die ein, zwei, an Dinge ankommen. Du bist der Herr Jesus. Ich danke dir für diesen Nomen. Ich danke dir für die Worte. In Jesus Christus in den Namen. Amen. Wenn die Frauen haben, von dieser Klasse, dann kennen die uns über WhatsApp unruppen. richtigen Menschen, der lebe werden. Untertitelung des ZDF, 2020